guten tag und willkommen zu diesem video im comeback video habe ich zu euch gesagt leute könntet ihr mir mal verraten ob ihr jetzt triple oder triple ptv besser findet und ihr habt alle gesagt bitte behaltet den namen triple das ist kürzer und schmackhafter deshalb heiße ich jetzt ab sofort nur noch triple und dementsprechend habe ich wie ihr seht kanalbanner und kanalbild aktualisiert zum kanalbanner irgendwie der neue sieht so ein bisschen aus so eine kokslein vielleicht denkt habt ihr ähnliche gedanken des weiteren habe ich noch die video beschreibung aktualisiert die ist jetzt kürzer und auch die generelle kanal beschreibung wurde aktualisiert und ist jetzt kürzer und gegen ende dieses videos will ich mich jetzt noch mal bei euch bedanken denn wie ihr hier seht ihr damals ist es heute die klicks und likes und so sind um einiges hoch gegangen okay bei dem letzten video sind es halt auch viele dislikes gewesen aber das war halt gegen ks3 das war ja zu erwarten ja geil von euch macht weiter so wir sehen uns irgendwann wieder schau